Ich hätte mich auch gewundert, wenn nichts passiert. Wir könnten noch einen Kuchen backen, kochen, Kekse mit Schokoladenstückchen, einen Schokokuchen. Ich hätte mich auch gewundert, wenn nichts passiert. Ja, komm, ihn unterbrechen. Der Besitz ist zubenommen, um es zu bemerken. Nadine erlangt die Aufmerksamkeit des Publikums, in dem die eigene epische Ballade anstimmte. Leistungsverbesserung mittelgroß. Wunderbar, ich wollte schon mal das schön sagen. Okay. Kuchen backen, Kuchen backen. Geburtstagskerzen hinzufügen. Yeah. Nein, du darfst jetzt doch nicht schlafen. Abfeiern. Hör mal auf zu essen, ne? Mädels, ihr habt Geburtstag. Hör doch mal auf mit der Scheiße hier. Ja. Nadine ist älter geworden. Erwachsen sein, Träume verwirklichen, die Planung des Ruhestands und die Midlife-Crisis warten. Das ist der perfekte Zeitpunkt, damit zu beginnen, auf lebenslange Ziele hinzuarbeiten. Älter und weiser. Lass dein Sim älter werden. Juntos. Ich vermute. Lass uns die Zeit aufnehmen. Nein, ich vermute. Ich vermute. Lass uns die Zeit gut verfolgen. Aber ich vermute. Ja! Aha. Läuft alles ganz gut. Gleich kannst du selbst Kerzen auspusten. Kerzen auspusten. Und eine Erwachsene. Ja, das habe ich eben schon vorgelesen. Yeah, beide sind erwachsen. Hm, zu Senioren. Ja. Was ist das hier? Statistik. Gestern genommen eine Dusche. Toilettenpausen 32. Cool. Glücklich gewesen 38. Jetzt darf sie aber schlafen. Ja. Du kannst auch ins Bett, würde ich sagen. Ja. Klappt alles super. Wieso schläft sie nicht? Schlafen. Dann darfst du ein Bad nehmen. Kannst dann nochmal die Wanne verbessern. Selbstreinigung. Oder? Ja, komm, die Toilette auch natürlich. 14 Stunden. Zwei Tage. Oh, sieht voll dreckig aus. Macht das sauber. Ich finde das cool, dass die so nebeneinander direkt vorbeikommen. Das gefällt mir ziemlich gut. Ist erst mal was. Genau. Was ich noch mache. Ja. Und zwar... Erfrischen. Das wollte ich sowieso mal ausprobieren, was das ist. Muss pieseln. Level 5. Geschicklichkeit. Coquette. Okay. Aha. Wollen wir was essen. Genau. Yeah. Kühlschrank-Häschen-Blues-Gitarre. Aber kann man leider immer noch nichts üben. Können wir nur noch... Okay. Ähm, ähm, ähm. Wir schreiben nochmal ein Buch, würde ich sagen. Schreibe. Schreibbuch. Romantik. Dann schreib mal ein Romantik-Buch. Komm schon. Romantik-Buch. Name des Buchs. Wie man Herzen gewinnt. Na, hallo. Oh. Gewinnt hier doch immer Spaß dazu, ne? Das ist eine gute Idee. Weiß ein Telefon klingelt. Nein. Was will der bei uns? Um Frank kann man sich dann immer noch kümmern. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh. 21 Stunden bis zur Arbeit. 5 Stunden bis zur Arbeit. Was hattest du gleich für eine Gitarre? Ne? Gucken. Level? Komm. 8. Das ist super geil einfach. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das andere gehen soll. Zu dem kann sie... Was? Was stand da? Moment. Ich kann jetzt Lieder schreiben. Jawohl. Na dann aber. Hopp. Du schreibst jetzt ein Lied. Lied. Lied schreiben. Ja. Jammervolles Klaglied. Von mir aus auch das. Müsste es da was? Oh. Da kann ich jetzt ein Kühlschrank wo passen. Seltener kaputt geht. Aber noch nie kaputt, oder? Hm. Qualität ausgezeichnet. Wobei, da steht 10 Bücher veröffentlichen und... Ach, veröffentlichen. Kann man das veröffentlichen? In Weltplätzen. Umbenennen. Wecklegen. Lesen. Wie kann man das Buch veröffentlichen? Nein, Telefon. Oh, sie muss auf Arbeit. Oh Gott. Nein. Wieso isst du jetzt? Okay. So. Könnte sein, dass sie heute wieder eine Beförderung bekommt. Wenn sie gut arbeitet. Ja. Du kannst es weiter essen. Komm, ist mal das Stück Kuchen fertig. Dann räumst du mal das weg. So. Dann gehst du duschen. Dann gehst du auf Toilette. Dann machst du ein Nickerchen, würde ich sagen. Oh, du kannst auch richtig schlafen nochmal, wenn du müde bist. Und dann... Kannst du nochmal ein bisschen spielen. Zwölf Stunden bis zur Arbeit. Okay. Dringend auf Klo. Gelangweilt. Abendessen. Ich nehme... Welche Kochstufe hat sie jetzt? Kochstufe... Drei. Ist auch nur bei Level 4. Aber schreiben Level 6. Und nur Videospiele Level 6. Okay. So. Gitarre Level 8. Das ist super geil einfach. Komm, was essen und dann... Abschlafen. Zwei Tage bis zur Arbeit. Elf Stunden bis zur Arbeit. Ich glaube, als nächstes bekommen sie mal bessere Betten, würde ich sagen. Wie süß eigentlich liegen sie nebeneinander. Okay, du musst was essen. Gericht nehmen. Man muss sofort... Fünf Stunden, das hält keine fünf Stunden, das Inspirat sein, das ist schade. Du müsstest eigentlich... Karriere, Tatsache, Haushalt, Haushalten, Adoptieren, okay. Kontakt knüpfen. Komm, reicht. Spielen. Vier Stunden. Wierdeln. Wierdeln. Was ziemlich lecker gegessen hat. Eine Stunde auf der Arbeit sein, okay. Gucken mal kurz, was hier los ist. Du kannst schlafen, wie sie möchte gerade. Aber so, eigentlich ist sie ja schon fertig. Öffnen. Kommen wir erstmal nochmal Fischtacos. Blase. Auf Toilette gehen. Schön baden. Können wir die Wanne vielleicht noch verbessern? Selbstreinigung weiter verbessern. Das ist natürlich geil. Das ist sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ich muss es dann jetzt auch mal aufhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.